So, und als ich meinte, zur Strafe geht es erst in der nächsten Folge weiter, war das wörtlich gemeint. Oh, was? Wie? Ich hasse es! Schleicht euch nicht von hinten an! Was hast denn du hier von dem Leben? Du hättest doch mal mit dem Wachen, ehrlich gesagt, einen Fahrer gehabt. Großes Rohr. Hä? Wer interessiert denn das? Was ist das hier eigentlich? Okay, der Fahrstuhl dürfte am Sack sein. Was haben wir denn hier liegen? Brechstange, interessiert mich nicht. Tür. Ja, da werde ich wohl rein müssen, aber ich möchte hier noch schauen, was hier das noch rumliegt. Ich möchte eigentlich nichts verpassen. So, mal ganz kurz noch in die Richtung schauen. Schnauze! Okay. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir doch den einzig höchlichen Weg. Was? Kommt denn jetzt schon wieder? Komm her! Auch nicht so blöd! Du Penner! Komm, komm! So. Kann mir mal jemand verraten? Ich würde nicht mal wieder eine gescheite Waffe. So. Fahrstuhl? Ja, aber nur zu durchlaufen. Hallo! Da war nicht so gut. Aber ich lebe, ich sollte echt aufpassen, dass es vielleicht das nächste Fass. Gerade eben schon Feuerlöscher hochgejagt. Man sollte sich überlegen, was man tut. Oh, ein Hämmerchen. Oh, ich nehme jetzt echt mal wieder einen Hammer mit. Oder den, den, den sogenannten Engländer. Ne, ich glaube, ich lag beim Hammer. So. Was haben wir denn hier unten eigentlich für eine wappende Scheiße am Boden? Ne, der, was? Ein Röhrchen. Weil ich Röhrchen bin. Was ist denn das? Ein Brechstange? Ja, nö. Den kann ich nicht bedienen. Okay, das ist wieder dieses Spiel, wo ich überhaupt nicht weiß, was ich eigentlich tun muss. Ähm, dafür ging es allerdings relativ schnell. Ja, schnell. Ich habe hier was. Damit kann ich ja deiner Birne ein bisschen klar klopfen. Hä? Hast du hier eine Birne? Durchblick. So, muss ich wieder zu holen? Was ist denn da drüben für ein Penner? Ey, Spaßti. Spaßti. Hm. Warte mal, wenn... Es geht. Ha, 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 ha. Ja, der war gut. Bäm. 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 Gleich mal einen Mittelschall ziehen. Komm. Bäm. Bäm. Die Lange, die ich gehört, auch verboten. So, was hat denn hier liegen lassen? Ein Kettle-Pot? Ne. Ein Paddel wäre mir lieber gewesen. Warte mal. Was ist denn das hier für eine Tür zum Fahrstuhl? Ich muss mal ganz kurz einen Überblick gewinnen. Ah, okay, alles klar. Verstehe. Ja, das ist der Fahrstuhl, mit dem wir fahren müssen. Hört auf, hier da mal rumzukrunzen und irgendwelche Dinge runterzuschmeißen. Echt mal hier. Wieder mal gar nicht. Das ist der Fahrstuhl, mit dem ich nicht weiß, wo er mich hinbringt. Oh, hä? Das muss die administrativen Bereich. Schauen wir gleich mal links, was es da so gibt. Ah, eine Runde hacken, links, nein, links, runter, links, runter, hoch, yay! Siehste? Hammer, paddeln! Oh, was übrigens gut ist, denn... Ah, nehmen den Hammer, nehmen den scheiß fucking Hammer! Du, du hast da was verloren! Geh, da komme ich nicht rein. Das war jetzt aber tatsächlich nur so kleine Abstecher, oder was? 8 energy drink. Ich würde gerne die Dosen nehmen können und trinken können. Das wäre doch mal was. So, das hier wird nicht funktionieren. Jo, war klar. Was ist man denn dafür missgestalten? Boah, bist du hässlich, Junge! Taktical Ammo! Er ist nicht aktiv, beziehungsweise kann ich einfach nicht verwenden. Termin beim Oberst, für die Vereinbarung eines Termins bei dem Oberst ist das beigefügte Formular abzufüllen. Ah, eben diese Bürokrat, scheiße! Was ist das? Oh, ich krieg' den Such, ich krieg' den Such, ich krieg' den Such! Scheiß Penner! Oh mein Gott! Denkst du denn Rommi? Die sind zwei Idioten! Nicht gut, nicht gut! Ja, ja! Schnauze! Oh, das wird... Ei, ei, ei! Hihihihi! Kapitän der Kreis! Kapitän der Kreis! Darf ich jetzt zwar nicht, aber okay! Ist hier jetzt verdammte Axt ne Ruhe! So, Merci! Hier sind Scheiße endlich hacken! Links... 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 Rechts... Hoch... Links... Rechts... Hoch... Und dann... Ah! Noch mal hoch! Noch mal hoch! Hoch... 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 Wie hab ich jetzt nicht ausprobiert? Nach rechts? Ja, ich glaube schon! Hoch... Hoch... Auf... Hoch... Ich hab doch grad eben schon mal hoch gemacht! Oh oh... Oh oh... Äh, kommt nicht rein! Oh mein Gott! Wollte ich mich... Wollte ich mich verarschen? Was ist denn das? Okay Was zum Fick Weg Weg Jetzt kommt es hierher Komm Bam Bam Zack Zack Hehehe Du hast es nochmal? Oh oh Du hast es nochmal? Okay, ich glaube ich muss den Zerub mit der Waffe machen Das muss die Administrative-Area sein Nein, wirklich? Sorry Jetzt kann ich ja nochmal von vorne anfangen Bei euch hakt es doch echt im Kopf Ohne Witz Hoch Hoch Oh Oh Ja, ja, bla 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 Bäm Und wirst dich gleich mal Anfangen An Oh, austeilen Zumachen Waffe Waffe Na, kommt nicht rein Kommt nicht rein Ladeliste eine Ladeliste mit wichtigen Gütern, die ins Hauptlager im dritten Untergeschoss geliefert werden sollen Leider steht da, dass heute Reinigungssorg ist und nur leere Container gebracht werden So, gut zu dem reiche Beute Scheiße Shit happens, wa? So, mein Freund Jetzt wird wieder eine Runde gespielt Bäm Und zack Wer ist da? Ich sag doch was, du hast eine Runde gespielt So, rüber ins andere Alter, du rennst 5 Sekunden und bist total im Arsch So, ja, das hier kennen wir schon Die andere Notiz da drüben allerdings Ähm Die hatten wir beim letzten Mal, glaube ich, nicht mitgenommen, ne? Okay, ja So, zuerst mal sehen hier Bäm So, Moment, ganz kurz Ganz kurz Darf ich dich mal ganz kurz um eine Audienz bitten? Bäm Danke Wie war das jetzt? Hoch Ne Wunder Runter Rechts Runter Hoch 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 Links Runter Hoch 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 Runter Hoch Hoch Runter Alter Das will nicht so wie ich das will Jetzt nicht lernen So, dann würde ich aber sagen Waffe Ich werde dich auf der Platz verletzen Ich werde dich auf der Platz verletzen 2 1 Boah Komm schon, komm schon, komm schon Komm schon, komm schon Eine weniger Nachladen, 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 nachladen Nachladen, nachladen, komm Kondition aufnehmen Ich würde sagen, das ging noch mal gut, oder? Waren das die letzten? So, liegt irgendwo noch was rum? Nein, so wie es aussieht nicht. Gut, den kann ich immer noch nicht benutzen. Okay. Hämmerchen wieder mitnehmen. Immerhin wäre dieses Hindernis aus dem Weg geräumt. Sieht aus, dass hier die Licht erst mal rein. Geht nach rechts. Sieht nicht so aus, wie wenn ich da durch könnte. Oh, einmal ein Hebel bitte. Öha. Was zum Geier? Der Büro des Obersts. Immer gut. Und dort sehen wir uns drinnen in der nächsten Folge. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bye-bye. Auf Wiedersehen.